Die Lohna? Stell dir davor, was passiert ist. Wisst du noch, der verrückte Bahnsteig von hinten war? Wird gerade von der Polizei verhaftet. Weil er nackigsten Bürgersteig auf- und abmarschiert ist. Mit zwei Chemels im Hintern. Da können mal Berufs gewesen sein, den kann ich doch von hier nicht so genau sehen. Na, wo soll er die sonst hinstecken? Hat er keine Taschen?